Der Urk ist etwas Besonderes. Die älteste jüdische Karnevalsgesellschaft. Seit meinem 15. Lebensjahr, also seit 40 Jahren, darf ich mit dabei sein. Herr Bürgermeister, 60% der Stimmen. Das gehört einfach mit zu meinem Leben. Ich habe super Kindheitserinnerungen im Karneval. Freundschaft und aber auch Spaß an der Freude. Der Urk bedeutet für mich intensive Gemeinschaft, Zusammenhalt und Totalierkeit. Einig auf Frohsinn auf einem sehr, sehr ordentlichen Niveau, was wir aber selber kreiert haben und das, was wir von unseren Urk-Brüdern, die vorher den Urk geleitet haben, mitgegeben haben. Und das ist der Urk und das ist die Klasse und die Qualität, die wir haben.